Wie interpretierst du die folgende Szene? Ja, ich meine, es ist sicherlich ein Feminist-Film. Für mich ist das wie ein Stückchen der Pie. Es ist ein großer Stückchen, aber es ist wie ein Stückchen der Pie. Es ist ein großer Stückchen. Es ist ein großer Stückchen. Gott, der Gerechte, schützt euch die Klöcke. Barbie ist ein hardcore-feministisches Propaganda-Vehikel auf Steroiden, um Männer und Frauen genüsslich gegeneinander aufzuhetzen, anstatt vernünftig zusammenzuhalten und sich gegenseitig positiv zu ergänzen. Wir gucken uns heute an, wie hier das radikal-feministische Einmaleins mit reingeschustert wurde. Teilweise richtig, richtig hinterhältig, damit die Leute es nicht merken. Teilweise aber auch mit dem Vorschlaghammer voll auf die Zwölf. Let's go! Ich habe mir den Film angetan, damit ihr es nicht tun müsst. Und Punkt eins ist, Barbie ist ein hochpolitischer Film. Oppenheimer war wahrscheinlich zu 75% Politik. Und dann gehst du danach in Barbie und hast 98% Politik. Auch wenn er nicht so vermarktet wurde am Anfang. Das haben sie diesmal cleverer gemacht, dass sie nicht den Film als feministischen Film vorher vermarktet haben. Und es sah so nach, ja, bisschen Fun, bisschen Familienunterhaltung, so ein netter, seichter Film aus. Und du kommst dann da rein und kriegst wirklich alle 30 Sekunden Politik voll auf die Zwölf gehauen. Aber bisher hat es ja funktioniert, denn bisher ist der Film sehr erfolgreich. Zumindest was das Finanzielle angeht. Und er wird aber auch gut bewertet, weil die meisten nicht raffen, wie hier der Feminismus, der radikale Feminismus muss dann dazu sagen, clever mit reingeschustert wurde. Denn der Film ist wirklich Hardcore Woke. Das ist teilweise eine extreme Hetze gegen Männer. Habe ich so plakativ und in dieser Ausprägung so auch noch nicht gesehen. Und interessanterweise haben so ein bis zwei Pseudo-nette Szenen im Film gegenüber Männern gereicht. Kommen wir gleich noch zu. Damit viele denken, es wäre gar keine Hetze gegen Männer oder der Film würde teilweise den Feminismus sogar kritisieren. Alles schon gelesen, alles schon gehört. Und auch die üblichen Mainstream-Aktivisten. Entschuldigung, Filmkritiker. Ja, auch so ein paar deutsche Mainstream-Youtuber. Haben sich schön veräppeln lassen. Haben es natürlich nicht mitgekriegt, weil sie aber auch in dem Thema natürlich nicht so fit sind. Ja, das ist dann immer diese wilde Ecke des Internets, wird dann oft gesagt, wenn es in das Thema Männer und Frauen geht. Und scrollt auch mal runter, das werdet ihr sicherlich auch hier unten in den Kommentaren finden. Nach dem Motto, oh du raffst ja den Film gar nicht, der ist ja eigentlich voll die Kritik am Feminismus. Und der Ryan Gosling, der hat doch am Ende so viel Screentime gehabt und durfte ja sogar singen. Und die üblichen Sprüche. Ja, weil Ryan Gosling halt einfach Ryan Gosling ist und auch eine Musical-Nummer bekommen sollte. Und da können sie wieder ein Lied draus machen und Videos und wieder Kohle scheffeln und so weiter. Seid doch nicht so naiv. Deshalb erstmal der wichtigste Punkt für diese Analyse hier. Make no mistake, wie der gemeine Amerikaner so schön sagt, dieser Film ist hochgradig feministisch und es ist auch größtenteils alles andere als subtil. Ja, nur weil zwei, drei Szenen mit drin sind, die man mit der Brechstange theoretisch auch andersrum interpretieren könnte, kommen wir noch zu, ist der Film nicht auf einmal eine Kritik am Feminismus. Ihr macht mich traumig. Daneben nicht. Im Film selbst wird sogar gesagt, das Wort Feminismus taucht, glaube ich, auch mehrfach auf. Du hast den Feminismus um 50 Jahre zurückgeworfen und so weiter und so fort. Und das Wort Patriarchat taucht so oft auf, irgendwann ab der Hälfte ungefähr oder Minute 40 oder sowas, dass wenn du jedes Mal einen kurzen Ballern würdest, wenn das Wort auftaucht, du das Ende des Films überhaupt nicht mehr miterleben würdest. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil das Ende ziemlich scheiße war. Und wir können nicht mehr machen. Und der kriegt es halt nicht so mit. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich bin da ein bisschen schwer von KP. Toxische Männlichkeit zum Beispiel kommt als Begriff selbst im Film nicht vor. Wird nicht genannt, aber permanent gezeigt. Wirklich alle gefühlt 20 Sekunden. Und Diversity ist natürlich mit drin, wie es sich für einen guten Woken Film gehört. Body Positivity haben sie auch mit reingeschustert, wenn auch nicht sehr dominant. Und eine Trans Barbie gibt es natürlich auch. Die ist dann natürlich der Arzt. Es ist Ends Arzt, Dr. Barbie. Was ein Zufall. Das gebe ich zu. Das ist ein gefährliches Pflaster. Also es ist ein hochgradig feministischer Film. Die Regisseurin ist Feministin. Sie hat es auch selbst offiziell gesagt. Das ist natürlich ein feministischer Film. Margot Robbie, Hauptdarstellerin und Produzentin des Films, hat es im selben Interview auch offiziell bestätigt. Ja, das ist natürlich ein feministischer Film. Dann wurde natürlich noch ein bisschen drumherum gelabert. Nach dem Motto. Ja, es ist ja aber auch für Männer, für Gleichberechtigung für alle und bla bla bla. Müssen sie natürlich dazu sagen. Sie können ja schlecht sagen. Ja, natürlich ist das ordentlich Männerbashing, der Film. Und in einem anderen Interview habe ich die Schauspielerin, die die Präsidenten Barbie spielt, ernsthaft sagen hören, dass die erste Hälfte des Films, als sie noch im Barbie Land im Matriarchat sind, wo die Männer nichts zu sagen haben, dass das doch super positiv wäre und so weiter und so fort. Sie ist einfach zum Verlieben. Und Margot Robbie selbst hat dann auch noch gesagt, ja, ja, der Film prangert ja ein paar Sachen an, die obviously wrong laufen in unserer Welt. Auf Deutsch das böse, böse Patriarchat. Und natürlich die armen, unterdrückten Frauen, die wirklich keinerlei Chance haben, irgendwie an Macht oder Erfolg oder sonst was zu kommen. Was man hier an diesem Film sieht. Produzentin, weiblich, Hauptrolle, weiblich, Regisseurin, weiblich, die ganze Besatzung. Und nein, der Film ist auch keine Kritik am Feminismus. Das, was im Film als Kritik geäußert wird, ist nur eine Kritik an den unrealistischen Beauty-Standards. Und das wird dann aber wieder so dargestellt, dass es ja vom bösen Patriarchat von den bösen Männern so kommt. Und da, wo angeblich im Film das Matriarchat kritisiert wird, im Gegenteil zu dem, was die Schauspielerin der Präsidentin in dem Interview gesagt hat, da wird auch nicht wirklich das Matriarchat kritisiert, sondern das ist dann nur eine Analogie für das Patriarchat. Und das wird dann in Wirklichkeit damit kritisiert. Denn am Ende des Films ist es ja so, dass das böse, böse Matriarchat, wo dann kurz mal gesagt wird, ja, ist ja auch nicht so perfekt, dass die Kenz hier nicht so viel Einfluss haben, wird ja dann doch wieder hergestellt und die Kenz haben doch wieder keinen Einfluss. Und das gilt so als vernünftiges Ende. Mir macht schon Spaß. Ja, so typisch für die wilderen Auswüchse des modernen Feminismus, dass es dann halt so ein bisschen rachemäßig am Ende heißt, na, ist halt jetzt so, wir Frauen haben ja auch keine Macht, wir müssten uns ja auch ganz langsam hochkämpfen. Also müsst ihr lieben Männer das jetzt auch mal machen, deshalb ist Matriarchat jetzt super auch, wenn wir es andersrum natürlich kritisieren. Und es wird auch im Film selbst mehrfach gesagt, dass die negativen Aspekte des Matriarchats praktisch nur eine Analogie für das auf jeden Fall existierende und unfassbar unterdrückende Patriarchat sind, in dem die Frauen tagtäglich leiden wie die Hunde hier bei uns im Westen. Und ja, es gibt auch Frauen, die leiden und ein schweres Schicksal haben und fair gepunktet punktet werden und es gibt Männer, die Schweine sind und so weiter und so fort. Ist doch logisch. Hast du dich schon distanziert? Ne, die sind sie von mir. Ne, du musst dich distanzieren. Deshalb fürchterlich plakativer In-Your-Face-Hardcore-Feminismus und so ein paar hinterhältigere Dinger, kommen wir zu allem noch zu. Und als Gegensatz dazu vielleicht mal einen richtig, richtig gut gemachten feministischen Film, den man sich auch als Mann ganz normal angucken kann und feiern kann und auch die Kritik richtig geil annehmen kann und zwar American Psycho. Ein hochgradig feministischer Film, eigentlich auch nur Männerbashing der Film, aber subtil gemacht, clever gemacht und auf einem völlig anderen Level und vor allem nicht dauernd mit dem erhobenen Zeigefinger und du bist doch schlecht und du sollst dich ändern und du bist eine Pfeife und bla bla bla. Du bist ein verdammter Penner. So und jetzt gucken wir uns mal das ganze Hardcore-Feministische Playbook und einmal eins an, wie es hier im Film verwurstet wurde. Und zwar fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Männer sind grundsätzlich lächerliche und toxische Trottel. Ja, Männer sind entweder total verzweifelte Sims oder richtig toxische Arschgeigen oder auch irgendwie beides zusammen, aber immer auf jeden Fall trottelig. Kein Mann wird in diesem Film als positiv dargestellt. Kein einziger. Die einzige Szene, als ein Mann oder Männer nicht total negativ dargestellt werden, sondern zumindest mal neutral, ist eine kurze, zweisekündige Szene oder sowas auf, wo sie auf der Parkbank sitzt und das erste Mal wirkliche, echte menschliche Emotionen spürt. Sieht dann zwei Männer, der eine sagt irgendwas, dann lachen beide herzlich zusammen und sie lacht positiv mit. Und dann, kurz danach sieht man auch einen, wie er irgendwie auch in dem Park sitzt und negative Gedanken oder negative Gefühle, glaube ich, hat und sie so ein bisschen empathisch mitfühlt. Das sind die einzigen zwei Sekunden im Film, die ich zumindest ausmachen konnte, die nicht negativ gegenüber Männern sind und zumindest neutral geblieben sind. Und wo keine Message war, wie du bist als Mann, ein Gewalttäter und schlimm und schlecht und toxisch und ein Zimp und ein Trottel und was weiß ich was. Sogar der Familienvater im Film, der für seine Frau und für seine Tochter, so habe ich es verstanden, Spanisch lernt, weil die, glaube ich, hispanischen Hintergrund haben, sogar der wird als trottelig und auch als negativ dargestellt. Und die Tochter sagt ihm dann, als er was Spanisches sagt, Dad, das ist hier cultural appropriation, das ist kulturelle Aneignung feministischer, also hardcore feministischer Kampfbegriff. Auch immer, wenn ich hier über Feminismus rede, meine ich hier hardcore negativen Feminismus und nicht positiven Feminismus, wie ich ihn jetzt in Saudi-Arabien oder Afghanistan oder was weiß ich wo definitiv empfehlen würde natürlich. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Nein, verpiss dich. Und nein, für die lebenden Debattierer, Ken wird auch nicht wahnsinnig empathisch begegnet im Film. Er ist immer verzweifelt, er ist immer ein Trottel und toxisch mittendrin. Und wenn er so ein bisschen, ach so ein bisschen als traurig, wenn man Empathie empfinden könnte, wird er auch immer als verzweifelter, trotteliger Simp dargestellt, der auch negative Motivationen dahinter hat. Und das Geile ist auch da, wo er dann ein bisschen Aufmunterung bekommt am Ende. Das ist dann wieder nur eine Analogie für die unterdrückten Frauen im Patriarchat. Kommen wir gleich noch zu, dass sie das geschickt gemacht haben. Immer die Rollen wechseln. Wenn es positiv gegenüber Männern ist, dann werden die Rollen gewechselt, dass es eigentlich eine Aufmunterung an Frauen ist. Wenn die Männer aber was Böses machen, dann ist es nie andersrum, dass das auch Frauen sein könnten, sondern dann sind es immer die Männer in unserem Patriarchat. Kommen wir noch zu. Wie du es als Mann machst, machst du es verkehrt. Was gibt es noch? Männer sind grundsätzlich hochgradig narzisstisch, denken nur an sich, hören sich selbst gerne reden. Wenn sie für eine Frau Gitarre spielen, dann spielen sie nur narzisstisch für sich selbst Gitarre, stundenlang, ohne auf die Frau zu achten. Und der nächste wichtige Punkt. Männer dürfen natürlich auf keinen Fall erfolgreich flirten, erfolgreich männlich sein, generell männlich sein oder erfolgreich sein und vor allem auch nicht von Frauen gewollt werden. Ja, typisches feministisches Playbook und einmal eins. Das haben sie auch beim letzten James Bond hardcore auf die Spitze getrieben. Ja, wieso sollte irgendwer ihn wollen? Wieso sollte irgendeine Frau an ihm Interesse haben? Also er darf nicht mehr erfolgreich flirten. Natürlich. Guckt euch gerne meine Analyse dazu an, wie sie ihn da zum Pantoffelhelden und zum säuselnden, verliebten Waschlappen ohne Rückgrat gemacht haben. Du vervollständigst mich. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Und dann, bevor wir zu dem Hauptfrauenpart kommen, der auch interessant ist, kommen wir erstmal zum Hauptkritikpunkt des Films, zum Hauptkritikpunkt an den Männern. Und zwar das Ding, was immer wieder vorkommt. Wir leben, ich hab's schon erwähnt, in einem ganz, ganz, ganz schlimmen und üblen Patriarchat, in dem die Frauen nichts zu melden haben und den Männern die Welt einfach nur zu Füßen liegt. Ja, ihr kennt ja die ganzen Narrative des Hardcore-Feminismus. Männer regieren die Welt. Ja, alle Männer haben irgendwie Macht und alle Männer sind weit oben. Das sind jetzt nicht nur ein paar 0, irgendwas Prozent, sondern Männer haben grundsätzlich Macht, regieren die Welt. Du kriegst ständig Respekt, ihr liegt die Welt zu Füßen. Das ist ein reines Zuckerschlecken als Mann. Du fühlst dich einfach pudelwohl. Das ist fantastisch. Ja, du brauchst höchstens eine Ausbildung und zack, bist du auch schon fast wie von alleine in der Führungsetage. Und Frauen wird das natürlich Hardcore verwehrt. Du darfst es ja kaum als Frau. Du hast ja kaum eine Chance, du bist ja mega unterdrückt. Wie sollst du als Frau irgendwie aufsteigen und nach oben kommen? Du hast ja keine Chancen. Ja, du kannst keine Bundeskanzlerin werden. Gibt's sowas, gibt's nicht. Hält dich jeder von ab. Und auch ein erfolgreiches Unternehmen irgendwie gründen und dann reich werden und einflussreich werden. Das geht ja nicht. Da hält dich ja jeder von ab. Du kannst auch keinen hochgradig Männerbäschenden feministischen Film irgendwie machen. Dann Produzentin oder Regisseurin werden. Ach, 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 Moment. Ja, das verhindert ja alles das böse Patriarchat, dass du einen Männerbäschenden Film mit fast nur Frauen drehen kannst und alle finden es auch noch super und die Medien jubeln ist auch noch hoch und kritisieren ist gar nicht. Das geht natürlich nur in einem ganz, ganz üblen Patriarchat. In dem du dich, wie gesagt, als Mann einfach nur wunderbar und gesehen und gewollt fühlst. Ja, macht mal abends die Glotze an. Nur Frauenbashing und die Männer werden in den Himmel über den grünen Klee gelobt. Und die Frauen werden alle gehasst. Das kommt wortwörtlich im Film vor, dass alle ja Frauen hassen würden. Frauen werden in unserer Gesellschaft ja grundsätzlich gehasst. Wie gesagt, macht abends die Glotze an. Ja, was da an Frauenbashing in den Talkshows und überall los ist, unglaublich. Also wirklich, alle Männer hassen Frauen, die Frauen hassen. Weil gut, Frauen untereinander hassen sich wirklich teilweise. Da ist vielleicht was dran. Aber das kommt O-Tun in diesem Film vor. Ja, Frauen werden von allen gehasst. Ja, ganz klar. Ihr wisst, dass es so ist. Und Frauen sind in unserem Patriarchat natürlich nichts weiter als dummes Fußvolk, was uns gerne bedienen soll. Einfach nur so, wenn überhaupt, hübsches Beiwerk, was uns das Essen bringen soll. So ist unsere heutige Gesellschaft. Ja, ihr kennt es. Frauen werden nirgendwo als eigenständige Personen wahrgenommen, die man respektiert oder mit denen man gerne zusammenarbeitet oder zusammen ist. Tolle Frauen gibt's nicht. Männer hassen Frauen und so weiter und so fort. Der ganze radikal-feministische Klischee-Bums. Ja, du darfst nicht in die Politik. Du darfst kein Unternehmen gründen, obwohl du, ja, du kannst keinen Erfolg haben, obwohl du aber permanent natürlich stunning und brave und strong und independent bist. Du bist ein Kick-Ass-Girl-Boss, aber bist natürlich ständig unterdrückt und deshalb funktioniert es einfach nicht. Ja, jetzt mal ernsthaft. Keine Sau hält dich davon ab, in die Politik zu gehen oder ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen und so weiter und so fort. Und ja, hier und da haben es Frauen schwieriger und Männer haben es halt woanders hier und da schwieriger. Darfst du aber natürlich nicht erwähnen, weil dann ist das ja Whataboutism? Ja, nicht jeder hat's überall leicht. Und das ist ja auch in Ordnung. So ein Leistungsprinzip ist ja gar nicht so verkehrt für so eine Gesellschaft, dass man vielleicht auch ein bisschen was tun muss, um irgendwo hinzukommen und nicht einfach so, nur weil du eine Frau bist und stunning und brave und strong und independent und always wonderful, dass du einfach so die Machtposten zugeschustert bekommst. Aber da sind wir ja auch schon dran. Stichwort Frauenquote. Ja, keine Sau hält dich wirklich davon ab, erfolgreich zu werden, wenn du das willst, wenn du die Skills hast und wenn du dir ein bisschen den Hintern aufreißt und nicht einfach nur sagst, ich bin doch aber eine Frau, bitte gebt es mir einfach. Das ist mein Geburtsrecht, erfolgreich zu sein. Wie manche Männerspinner auch sagen, ja, mein Geburtsrecht ist es, eine Frau zu bekommen. Nur weil ich ein Mann bin, ja, was ein Quatsch natürlich. Haben auch ganz viele Frauen in vielen Kommentaren unter vielen Videos geschrieben. Habe ich mehrfach gelesen, dass sie geschrieben haben, ja, aber ich fühle mich überhaupt nicht wie Ken im Film. Ja, das ist null meine Rolle in der Gesellschaft. Ich fühle mich überhaupt nicht als dummes, höchstens schön anzusehendes Beiwerk, was keine Macht hat und nicht nach oben kommen kann und so weiter. Weil Ken im Babyland, im Matriarchat, ist ja wieder nur eine Analogie für die ganz, ganz schlimmen, unterdrückten Frauen. Ja, ganz normale Frauen sagen natürlich, was soll das denn? Ja, nein, natürlich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch, kann ganz normal mein Leben leben und erfolgreich werden, wenn ich das denn will. Ja, der Film tut praktisch so, als wären wir da wie bei uns vor 50 bis 100 Jahren oder mitten in Afghanistan. Dann haben wir noch einen interessanten, richtig wilden Punkt, der ein bisschen subtiler mit reingeschustert wurde, zumindest wenn man das Hardcore-Feministische 1x1 und Playbook nicht kennt, und zwar das Fitness- und Kampfsport und Muskeln und generell so klassische Männlichkeit, dass das toxisch und negativ ist und natürlich zu unserem unterdrückenden Patriarchat gehört. Ja, das kennt man aus der moderneren Feminismus-Bubble, dass jetzt Fitnessstudio, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und Muskeln haben willst, das ist jetzt rechts, dann bist du jetzt rechts neuerdings. Und das wird in dieser Patriarchatsmontage gezeigt, als er da durch die City läuft und dann merkt, wow, ich habe ja hier wahnsinnige Macht. Und kurz nach Kampfsport wird dann auch Bill Clinton natürlich eingeblendet, so das Symbol für Macht, für männlichen Machtmissbrauch schlechthin, weil so sind wir Männer ja auch. Und dann wird am Ende noch Sylvester Stallone eingeblendet, weil der ja damals so das Symbol war für, du reißt es raus, du überwindest deine Schwächen, arbeitest an dir, trainierst hart und steigst dann dadurch auf. Das ist natürlich hochgradig toxisch. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Ja, wer das nicht glaubt, recherchiert es. Wer jetzt ins Fitnessstudio geht und ein bisschen vernünftig aussehen will und Muskeln haben will, der ist jetzt rechts, weil er dann auch zusätzlich nicht sagt, dass Body Positivity was ganz, ganz Tolles ist, wenn du 180 Kilo wiegst, dass du dann brave und stunning und strong und independent und einfach nur wunderschön bist. Antisemit! Dann ist natürlich Kapitalismus was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Typischer Hardcore-Feminismus wird auch im Film ganz klar so gesagt. Und ja, natürlich gibt es auch Schattenseiten an unserer Form des Kapitalismus, wie wir das im Moment veranstalten, was meines Erachtens eher ein Korporatismus ist. Aber deshalb ist ja jetzt die geilere Alternative nicht einfach so Kommunismus, auch wenn die Hardcore-Feministen das so propagieren, denn die sind größtenteils alle auch Kommunisten, aber haben natürlich das iPhone und das MacBook am Start. Und es wird auch im Film ordentlich Werbung und Product Placement für den, ich glaube, 2024er Chevy Blazer gemacht. Ja, eine der Darstellerinnen fährt mit der Kiste rum. Sieht auch ganz gut aus, finde ich. Aber Kapitalismus ist natürlich der Feind. Und Kommunismus, das ist ja auch ein gutes Konzept. Das Blöde ist nur, dass irgendwann immer unweigerlich die Kohle anderer Leute ausgeht. Mitgekriegt, das war ein Witz. Der war gelungen. Dann haben wir noch den Punkt, dass Frauen ja Opfer sind, ihre Umstände und nichts daran machen können. Habe ich eben schon so ein bisschen erwähnt. Das Patriarchat unterdrückt dich, du kannst nichts machen. Bist aber gleichzeitig ein absoluter Awesome-Kick-Ass-Girlboss. Du kannst einfach von Haus aus alles. Du musst auch nichts lernen. Du kannst es einfach. Warum? Weil du eine Frau bist. Du bist einfach Awesome. Du bist ein Girlboss. Aber wirst natürlich trotzdem unterdrückt, auch wenn du alles besser kannst als die Männer. Die sind halt so unterdrückerisch und deshalb kommst du nicht vorwärts. Und dann einer der größten Knallerpunkte und Frechheiten des ganzen Films ist, du wirst als Frau ja permanent belästigt in unserer Gesellschaft. Du bist permanent in Gefahr. Männer sind ständige Sexisten und toxische Ferge ... und so weiter. Du bist permanent in Gefahr. Du kannst dein Leben als Frau gar nicht normal leben. Es liegt ständig Gewalt und Gefahr und Angst in der Luft. Wirklich drei Sekunden, nachdem sie in der Realität ankommen im Film, wird sie direkt harassed. Sie sind wirklich drei Sekunden in der Realität und sie wird direkt belästigt und Catcalling und die toxische Männlichkeit und was weiß ich was. Und einer haut ihr sogar auf den Hintern. Einer begrapscht sie sogar. Mitten am Tag in Kalifornien mit ihrem Boyfriend auch noch dabei. Ja, ist doch normal. Ich meine, das ist ja logisch. Absolut realistisch. So sind wir Männer einfach. Man hat da einfach Lust zu ... Ja, kenn ich ja von mir. Man macht das halt einfach so. Irgendeine Frau beim Rollerbladen und dann hat sie ihren Typ dabei. Da gehst du halt einfach mal hin und haust sie auf den Hintern. Ist doch logisch. Dann klebt sie dem Typen ein, wird dafür natürlich verhaftet, weil unsere Gesellschaft ja so ist, laut Hardcore-Feminismus wieder, dass die Opfer, die Frauen sind ja dann die armen Opfer und werden aber dafür noch bestraft. Feminismus einmal eins. Hardcore-Feminismus einmal eins. Und wer ist dann sexistisch und toxisch? Die Polizisten natürlich. Auch klassischer Hardcore-Feminismus, dass Polizisten ja immer Abschaum sind natürlich. Und so wird praktisch ununterbrochen unsere aktuelle Gesellschaft dargestellt. Alles nur toxische Sexisten und gewalttätig und was weiß ich was. Und die Angst liegt förmlich in der Luft. Jeder, der schon mal attraktive Frauen gedatet hat, die auch noch selbstbewusst dabei waren, weiß, dass das ein Armenmärchen ist, dass du als attraktive, selbstbewusste Frau dein Leben nicht ganz normal leben könntest. Und ja, natürlich wirst du hier und da schleimig angegraben und so weiter. Und ja, natürlich hast du im Dunkeln auch mal Angst und hier und da durchaus recht, weil ja auch schlimme Sachen durchaus passieren. Aber natürlich kannst du als attraktive, selbstbewusste Frau dein Leben zu 99% ganz normal leben. Das ist eine typische Fantasie von unsicheren und paranoiden Leuten, das permanent Gefahr und Gewalt lauern würde. Typisches Hardcore-Feministisches Playbook mal wieder. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Geschlechterkampf im Film, der deutlich befördert wird. Ja, Geschlechterkampf ist super. Zusammenhalten, positiv sich gegenseitig ergänzen ist kein Element, sondern das ist herrlich, alle gegeneinander aufzuhetzen. Und vor allem auch Männer gegen andere Männer aufzuhetzen ist ja ein probates Mittel am Ende, wird lustig und positiv dargestellt, anstatt dass man vernünftig zusammenhält. Zum Schluss kommen dann noch so ein paar pseudo-versöhnliche Worte in Richtung von Männern, damit die meisten denken, ach, ist ja doch noch relativ versöhnlich. Aber das ist dann wieder natürlich nur eine Analogie für die bösen, unterdrückten Frauen. Ich finde das super schade, denn eigentlich ist das ja durchaus ein gutes Konzept. Barbie wacht auf, wird bewusst, kommt dann in die Realität, lernt da das echte Leben kennen. Und da hätte man ja viel draus machen können. Sie scheitert, scheitert interessant, muss dran wachsen, muss mit den Härten des Lebens zurechtkommen, positiv wie negativ. Also die perfekte dystopische oder utopische Traumwelt gibt's nicht. Und dann hätte man ja auch versöhnlich was mit Mann und Frau draus machen können. Hätte man können. Du willst das Unmögliche. Ja, das Wunder des Lebens, Mann und Frau, eigentlich was Schönes. So ein bisschen diese Erfahrung, das wurde positiv dargestellt. So hat die menschliche Erfahrung, der Wind im Baum, die Sonne und so weiter, das wird kurz positiv dargestellt. Aber Männer und Frauen, dass das was Schönes ist. Das darf natürlich in so einem Film nicht dargestellt werden. Und dann kommen wir jetzt mal zur Hauptbotschaft des Films an die Frauen, die so doof ist. So doof und 0815. Und zwar Women are always wonderful. Ja, ihr kennt das aus dem Feminismus. Und auch hier aus meiner Branche, aus der Coaching-Branche. Vor allem, wenn Frauen Frauen coachen. Und auch so die spirituellen Männer, die dann Frauen coachen. Und da gerne so die, ja, die Bücherverkaufszahlen ein bisschen hoch treiben wollen. Die einzige Botschaft an Frauen ist immer, du bist enough. Du bist gut genug. Du musst nichts ändern. Women are always wonderful. Gerne auch mal bei Wikipedia reingucken. Der Women are always wonderful-Effekt. Ziemlich interessant. Und das ist, wie immer, die einzige Botschaft. Und was für eine 0815-Botschaft. Ja, natürlich bist du genug und bist ein Mensch und so weiter und brauchst dich nicht schlecht fühlen. Was für eine Basic 0815-Botschaft. Aber das bleibt halt immer die einzige Botschaft. Und das ist das Problem. Du machst immer alles richtig. Du bist von Haus aus clever und talentiert und strong und independent und awesome und ein kickass Girlboss und so weiter und so fort. Du musst nichts ändern. Du musst nichts lernen. Du brauchst auch nicht interessant scheitern, um irgendwie dran zu wachsen, weil du bist ja schon alles du hast, schon alles von Haus aus. Ja, du kannst es einfach so. Du musst dich gar nicht verbessern. Es gibt nur Stärken. Es gibt keine Schwächen. Falls du Schwächen haben solltest, dann ist das eben deine Stärke. Und warum? Ja, weil du eine Frau bist. Einfach so. Weil du eine Frau bist. Deshalb bist du awesome. Egal wie du bist. Super spannend. Ja, genau wie wir das von den ganzen Woken-Filmen der letzten 10, 15 Jahre kennen. Damals bei Star Wars Luke Skywalker zum Beispiel. Der war jung und naiv. Der musste erstmal erwachsen werden. Der musste interessant scheitern. Der war hitzköpfig, voreilig. Dann brauchte er einen Mentor. Der musste den ganzen Kram richtig lernen, weil er natürlich ein Grünschnabel war und überhaupt nichts wusste. Und dann war er da auch wieder hitzköpfig und voreilig. Und das hat ihm dann auch Probleme gebracht. Dann ist er interessant daran gescheitert. Konnte beziehungsweise musste daran wachsen. Dieses Fremdwort nennt man, glaube ich, Charakterentwicklung und Drehbuch. Ja, aus seinen Fehlern lernen und solche toxischen Konzepte besser werden. Nicht einfach sagen, du bist genug und fertig. Sondern ja, natürlich bist du genug. Aber natürlich bist du auch ein Grünschnabel und kannst nichts. Also musst du vielleicht erstmal was lernen. Darum geht es ja im Leben. Sich zu verbessern. Besser zu werden. Teil der Lösung zu werden, statt Teil des Problems zu sein. Und trotzdem bist du währenddessen immer gut genug. Ach nee. Das ist genauso wie, sei einfach du selbst. Diese beiden Botschaften, das ist anscheinend das Maximale, was man Frauen zutraut. Auch in der Coaching-Szene hier. Du bist gut so, wie du bist. Und sei einfach du selbst. Und your truth, deine Wahrheit. Und dann soll sich die Welt darum stricken. Und wer da nicht mitmacht, der ist eben toxisch und will dich patriarchal unterdrücken. Ja, verkauft natürlich Bücher ohne Ende der Schwachsinn. Bringt dich als Frau aber null weiter. Auch als Frau musst du genau den gleichen Käse wie die Kerle hören. Und zwar, ja, natürlich bist du genug. Aber hier und da gibt es Schwächen. Hier ein bisschen Grünschnabel, da hast du keine Ahnung. Hier bist du auf dem Holzweg. Hier hast du Probleme, Realität zu akzeptieren und Schwächen zu erkennen. Hast blinde Flecken noch und nöcher, wie jeder von uns natürlich. Also jetzt mal den Arsch hoch und an dir arbeiten. Da gibt es noch Potenzial. Da gibt es noch einiges zu verbessern, obwohl du eine Frau bist. Sicherheitsdienst. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Und genau sowas macht ja auch Filmfiguren interessant. Und deshalb funktioniert natürlich sowas wie Rey oder Captain Marvel nicht. Warum? Ja, weil die einfach awesome sind. Die können halt alles. Die müssen nichts lernen. Du darfst denen natürlich auf keinen Fall, auch hardcore feministisches Playbook, du darfst denen auf keinen Fall einen männlichen Mentor zur Seite stellen, der dann irgendwas drauf hat, irgendwas besser kann. Das darf nicht passieren. Ganz normales Hollywood-Playbook auch. Es darf keine männlichen, kompetenten Mentoren geben, die irgendwas zu sagen haben, die irgendwas besser können, die der weiblichen Hauptfigur irgendwas beibringen können. Wurde sogar offiziell zugegeben bei dem Dr. Strange-Gedönse. Ja, war ja bei Star Wars auch bei Kollegin Rey. Sie kann einfach alles. Sie hat keine Angst, sie kann das von Haus aus. Und warum? Was ist die Begründung? Ja, weil sie eine Frau ist. Sie ist halt einfach kickass und awesome. Ja, wie Frauen halt in der Realität natürlich auch so sind. Frauen haben keine Schwächen. Wenn sie doch welche haben, sind das die Stärken, die sie perfekt machen. Weil sie Frauen sind. Und warum springen die Frauen und auch unsere neuere Snowflake-Generation, wenn die Männer sehr, sehr feministisch geprägt sind? Warum springen die so drauf an? Auf dieses Women are always wonderful, du musst dich nicht ändern und so weiter. Du bist good enough. Warum fahren die so darauf ab? Ja, weil du dich dann niemals ändern musst und niemals falsch liegen kannst. Denn Regel Nummer 1 ist, Frauen und Special Snowflakes in unserer heutigen Gesellschaft, also Männer, die sehr, sehr feministisch geprägt sind und mit den Härten des Lebens, nicht so klar kommen und auch nicht klar kommen wollen, die können ja niemals falsch liegen. Ja, Regel Nummer 1, du liegst niemals falsch. Regel Nummer 2, falls du doch mal falsch liegen solltest, tritt automatisch wieder Regel Nummer 1 in Kraft, du bist Special Snowflake, du liegst niemals falsch. Deine Wahrheit, your truth, dieses Konzept kann dann aufrechterhalten werden. Auf Deutsch Quatsch, weil es gibt nur die Wahrheit und your truth ist meistens einfach Quatsch. Das kann dann aber weiter aufrechterhalten werden, weil du bist ja gut genug und du bist es und bla. Deshalb kommt auch in der großen Patriarchatsmontage im Film, er ist wie gesagt Bill Clinton, das Symbol für politischen Machtmissbrauch und männlichen Machtmissbrauch auch und direkt danach Sly Stallone. Warum? Ja, weil er ja das Gegenteil ist von du bist einfach so gut genug, sondern er ist ja, ja wovor steht er? Ja, reiß dir den Hintern auf, du reichst nicht aus, du bist vielleicht gut genug, aber du musst trainieren, du musst dich an den eigenen Haaren aus der Scheiße rausziehen, Muskeln aufbauen, besser werden, Ängste überwinden, Hindernisse und Grenzen hinter dir lassen, diese ganzen toxischen männlichen Konzepte und dann am Ende hat er auch noch Muskeln, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, er ist ja so aus den 80ern, gerade mit dem Rocky-Ding, so das Klischee für hartes Training, sich verbessern, sich selbst aus dem Schlamassel, durch Disziplin und Härte rausarbeiten und das ist natürlich absolutes Kryptonit für Special Snowflakes von heute. Weil wenn es da noch was zu verbessern und erreichen gäbe, dann wäre es ja nicht einfach so, wie du bist, jetzt vollständig und wundervoll. Ja, sich verändern und an sich arbeiten, das sollen heutzutage bitte nur die anderen, die nicht zu den Guten gehören, natürlich. Ja, also die typischen absoluten 0815-Botschaften, die in fast allen Filmen vorkommen, sei einfach du selbst, du bist immer wunderbar, egal was du da veranstaltest, musst nichts ändern, bla 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 bla, kommen auch in diesem Film natürlich vor und werden hier auch ein bisschen unterschwelliger und kürzer beim Thema Body-Positivity mit reingeschustert, dass es keine unattraktiven oder dicken Frauen mehr gibt, sondern du bist halt einfach wunderbar, genauso wie du bist, fertig. Ja, es wird dann eine Frau gezeigt, die massiv übergewichtig ist, aber das ist dann halt auch stunning und brave und wunderbar und wunderschön. Gesundheit, Realität und so weiter ist ja alles toxisch. Auf Deutsch, wenn du keine tolle Frau bist, bist du trotzdem eine tolle Frau, weil du eine Frau bist. Das ist ja wunderbar! Dann ist der nächste Punkt, das Mansplaining, habe ich schon so leicht angerissen. Männer dürfen und können dir nichts beibringen. Männer wissen nichts, was von Wert wäre. Es sind Trottel und wenn, wäre es ja toxisch und so weiter. Und du darfst dir da nichts erzählen lassen. Das Wort Mansplaining wird im Film nicht erwähnt, aber das Konzept wird ganz, ganz deutlich mehrfach gezeigt, wie die Männer ungefragt einfach so von sich vom Stapel lassen und erzählen. Aber natürlich hochgradig narzisstisch, nur um sich selbst reden zu hören und achten gar nicht, ob die Frau da jetzt Bock drauf hat und nicht. Und das ist das gleiche Thema wie, es darf keine kompetenten männlichen Mentoren mehr in Filmen geben. Dann haben wir gleich, bevor wir zu dem, wie ich finde, größten Knallerpunkt des Films kommen, wie schwer es Frauen heutzutage haben, haben wir noch das Thema Mütter und Mutter sein. Das wird am Anfang auch sehr negativ dargestellt, weil es ja ganz schlimm ist, Mutter zu sein. Wird auch aus dem Kommentar irgendwie gefragt, ja, erinnere dich mal an deine Mutter, wie das war. Also das ist auch typisches feministisches Playbook natürlich, dass die Mutterrolle was ganz, ganz Schlimmes ist. Wird hier im Film so ein bisschen zurückgerudert, es wird auch eine schwangere Barbie gezeigt und so ein bisschen Mutter-Tochter-Versöhnung ist auch im Film. Sie können es halt auch nicht so ganz plakativ machen. Aber wer da ein bisschen fit drin ist, weiß ja, wie der Hardcore-Feminismus zum Thema Mutter sein steht. Was heutzutage natürlich Gott sei Dank auch Männer können. Gott sei Dank. Dann wird im Film noch ein bisschen genüsslich gelogen, was den Mattel-Vorstand angeht, dass da angeblich keine Frauen dabei wären. Guckt euch den Vorstand von Mattel an. Natürlich sind da auch Frauen dabei. Wird so getan im Film, als wäre es nicht so. Und die Erfinderin der Barbie war auch 30 Jahre lang Vorstand von dieser Firma. Das heißt, das ist jetzt keine toxische, patriarchale Firma, die nur von Männern geleitet wird. So wird es im Film aber natürlich dargestellt. Dann haben wir noch einen guten Witz im Film. Jeder Film braucht anscheinend einen guten Witz, Grundsätzlich fand ich den Film jetzt nicht wahnsinnig witzig, sondern einfach diese penetrant, nervige Vorschlaghammer auf die Rübe-Botschaft. Die ganze Zeit hat mich tierisch genervt. Der Witz war aber gut. Und zwar kommen sie das erst mal in der Realität an. Sie guckt dann beim Rollerbladen am Strand so nach oben und sagt, ach, guck mal, der Supreme Court oder der oberste Gerichtshof. Und dann wird Schnitt rüber auf ein Misswahlen-Plakat, wo die ganzen Misses in den Barbie-Outfits stehen. Den fand ich clever und gut gemacht. Den Witz, so hätte ich mir den Film eher gewünscht. Sie kommt dann in die Realität, rafft am Anfang noch nichts und muss dann damit klarkommen. Und mit ihm hätten sie ja dann gerne das Gleiche machen können, dass er sich auch entwickeln muss und vom Volltrottel zum erwachsenen Mann und Menschen wird. Und dann finden sich beide vielleicht am Ende. Wäre doch ein versöhnliches Ende für Mann und Frau gewesen, hätte Teil der Lösung statt Teil des Problems sein können, anstatt Hetze gegen Männer und Geschlechterkampf das anzuheizen, wäre ein versöhnliches, schönes Ende ja vielleicht gewesen. Du willst das Unmögliche. Und dann kommt der vielleicht größte Knaller für mich in dem ganzen Film. Und zwar, was dann die große Lösung des Films ist, um die Frauen wieder strong und brave und independent zu machen usw., ist dann, dass es so schwer ist, dass es fast unmöglich ist, heutzutage eine Frau zu sein in unserer Gesellschaft. Ja, da kommt dann die große Gänsehaut-Rede, wie das oft in Filmen ist. So die große Rede, wo dann alle aufwachen und sagen, ja wow und so empowering und bla bla bla. Und was wird da gesagt? Frauen haben es ja so unfassbar schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Und dann kommen natürlich nur Pille-Palle-Probleme, die keine einzige Frau, die auch nur annähernd Selbstbewusstsein hat, in ihrem Leben als Problem wahrnehmen würden. Es ist ja so schwer als Frau. Du darfst ja nicht zu dick sein. Da musst du ständig dünn sein. Du darfst aber auch nicht zu dünn sein. Und was dann alles gefaselt wird, guckt es euch an, unfassbarer Unsinn, was alles heutzutage von dir verlangt wird, um auch nur halbwegs in unserer Gesellschaft als Frau auf Fuß zu fassen und kein Mensch zweiter Klasse zu sein. Ja, du musst immer ständig aufpassen, was du sagst und wie du es sagst, um nicht wieder gehasst zu werden und als Frau und als Mensch akzeptiert zu werden. Bla 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 bla. Es wird O-Ton im Film, glaube ich, sogar wirklich gesagt, Frauen müssen sich von morgens bis abends zerreißen, nur damit man sie mag. Ja, das spiegelt natürlich absolut das Leben einer durchschnittlichen Frau in unserer Gesellschaft wieder. Und wie gesagt, es kommen dann nur Pille-Palle-Sachen natürlich, wo du denkst, ja, was ein Quatsch. Das wäre, als wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich als Mann habe es so schwer, weil er da musste jeden Tag ins Büro und immer den Anzug anziehen und ach, dann ist es manchmal 20,5 Grad, manchmal aber 23. Das ist so schwer. Ja, wo andere Leute auf der Bohrinsel schwitzen oder im Krieg rumspringen, wo ich dann zu mir selbst sagen müsste, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt benimm dich. Mal, halt mal die Klappe. Hast ein privilegiertes Leben. Ja, es kommen dann wirklich nur so typische Pille-Palle-Probleme von unsicheren Frauen, wo keine selbstbewusste Frau das jemals als Problem wahrnehmen würde oder wo das überhaupt nur ein Riesenelement wäre. Und es ist auch, wie ich finde, ein Schlag ins Gesicht von Frauen, die weltweit wirkliche Probleme haben. Ja, wie ich eben sagte, mit Bohrinsel und im Krieg rumspringen und so weiter. Also es gibt ja Länder, wo Frauen wirklich noch im Hardcore-Patriarchat leben und unterdrückt sind und so weiter und so fort, wie das hier im Film dargestellt wird, als wenn das bei uns immer noch so wäre. Habe ich auch letztens irgendwo mal, ich weiß nicht, wo das war, habe ich ein Interview von irgendwem gesehen, wo irgendein Typ dann beschreibt, wie eine Frau gesagt hat, ja, du kannst dir das nicht vorstellen, wie schwer das als Frau ist. Allein zum Beispiel dieser Druck, der auf uns lastet, dass du halt, wenn du abends weggehst oder irgendwie irgendwo auftauchst, dass du nicht zweimal im selben Kleid da auftauchst. So auf dem Level waren die Pille-Palle-Probleme ja auch im Film. Und wo der Typ dann gesagt hat, ja, das interessiert doch keine Sau. Selbst wenn du 35.000 Mal in dem gleichen Kleid auftauchst, solange das vernünftig aussieht, interessiert das keinen Schwanz. Das ist doch kein Problem von einer selbstbewussten, erwachsenen Frau. Und dann haben wir noch den irrationalen Rollentausch zwischen Männern und Frauen im Film, der öfter mal passiert. Und zwar ist es wieder typisch Feminismus, ganz clever gemacht, wenn Männer im Film was Böses machen, egal in welcher Welt, in Babyland oder in der Realität, dann sind es toxische Männer. Dann sind das die Männer, die patriarchal und toxisch sind. Wenn Männern aber was Gutes widerfährt oder am Ende sind, ah, der wird Ken am Ende ja so nett behandelt und so versöhnlich behandelt und auch, hey, du musst dein eigenes Ding machen und bla, bla, bla. Und sie entschuldigt sich dann am Ende auch bei ihm. Da werden aber dann die Rollen geschickt vertauscht. Guckt es euch nochmal an. Und zwar ist dann immer gemeint, ach ja, okay, das sind ja die unterdrückten Frauen im Patriarchat. Ken steht da, also wenn der Ken toxisch männlich ist, dann ist er wirklich toxisch männlich in beiden Welten. Aber wenn er gut behandelt wird, dann werden die Geschlechter zack einfach so vertauscht. Und dann steht Ken ja wieder für die unterdrückten Frauen im Patriarchat. Das heißt, wie du es drehst und wendest, geht es immer nur um die bösen Männer und die armen unterdrückten Frauen. Da switchen die Geschlechter dann hin und her, wie man es gerade gebrauchen kann. Wie du es als Mann machst, machst du es verkehrt. Das ist so ein bisschen wie dieses klassische Feminismus-Meme, was ich witzig finde, wo dann daneben steht, Männer gehen fremd, weil sie Arschlöcher sind und Frauen gehen fremd, weil Männer Arschlöcher sind. Sie sind alle gleich. Die ersaufende Schweine. Und dann wird in einer ganz kurzen Sequenz noch ganz, ganz clever hinterhältig mit reingeschustert, dass es Cancel Culture ja nicht gibt. Das ist in der Will Ferrell Szene, wie er so einen kurzen Monolog hält. Und das wird mir ja wohl noch sagen dürfen, das ist eine ganz klare Anspielung darauf, dass der Hardcore-Feminismus ja immer so tut, als gäbe es keine Cancel Culture beziehungsweise, wenn jemand gecancelt wird, dann ist es ja zu Recht. Das heißt, irgendjemand, der eine völlig normale Aussage tätigt und dann dafür gecancelt wurde, dann wird es immer so rumgedreht, dass es keine völlig natürliche und normale Aussage von demjenigen war oder rational, sondern nein, nein, das sind dann immer extreme Aussagen und Hate Speech und so weiter. Und wenn dann jemand sagt, ja hallo, du kannst ja heutzutage nichts mehr sagen, du kannst dir hier kaum noch, deine freie Meinungsäußerung ist wirklich so ein bisschen in Gefahr. Im Moment, du wirst relativ schnell gecancelt für ganz normale Aussagen, dann heißt es, wie gesagt, immer nein, das sind keine normalen Aussagen, das ist ja auch Hate Speech, das ist ja okay, dass hier gecancelt wird. Und wenn jemand sagt, du darfst dir deine Meinung nicht sagen, du bist ja jetzt auch immer direkt rechts und das wird auch noch mit reingeschustert, wie der Will Smith, wollte ich schon sagen, wie der Will Ferrell, sagt, Hallo, ich habe auch Juden als Freunde. Also da wird sogar noch durch die Blume, guckt es euch nochmal an, clever gesagt, dass so jemand wie der, ja, ein in Machtposition befindlicher Mann wie Will Ferrell in dem Film und generell Männer im Patriarchat, dass die ja oft auch noch rechts- bzw. rechtsradikal sind und die erkennst du immer daran, dass sie sagen, ja hallo, ich habe ja auch ausländische Freunde, ich habe auch Frauen als Freunde, ich habe Schwule als Freunde, ich habe Schwarze als Freunde, deshalb kann ich ja kein Rassist und Homophob und so weiter sein. Und daran erkennst du die Leute, aber auch immer. Klassisches Playbook des Hardcore-Feminismus, auch haben sie in 10 Sekunden oder sowas clever mit reingeschustert. Merkt aber natürlich keinen Schwanz, wenn er sich nicht mit dem ganzen Thema hier intensiv vorher auseinandergesetzt hat, wie der ganze Film ja auch so ein trojanisches Pferd ist, weil er eben als nette, lustige, seichte Familienkomöde vermarktet wurde vorher. Ja, richtig schön hinterhältig, aber sie haben halt auch daraus gelernt, wenn du vorher sagst, das ist ein feministischer Film, dass schon keiner mehr Bock drauf hat und nicht reingeht. Aber was ist hier passiert? Da sind die Mütter mit ihren jungen Töchtern da reingegangen und die erste Hälfte des Films, da kannst du ja noch sagen, ja, warten wir mal ab, aber ab dann knallt es ja richtig in Sachen Patriarchat, Patriarchat, Patriarchat. Und es ist aber auch clever gemacht, so ein bisschen nostalgisch und gerade wer Barbie kennt, der wird ja oft so dieses Nostalgie-Feeling haben, ach, das haben sie auch noch mit reingenommen und so weiter. Dann das schöne Pink überall, es ist ja schon clever gemacht und währenddessen, vor allem, wenn du dich nicht auskennst mit dem ganzen Kram, ständig diese durchaus hasserfüllten Botschaften, was denn Männer für Trottel sind und toxisch und was weiß ich, was der ganze Geschlechterkampf, der hier mit drin steckt. Also, meines Erachtens, absolut hochproblematischer, hochpolitischer Film, richtig gallige, ätzende Botschaften mit drin, absolut unversöhnlich und am Ende ist es doch super, wenn das Matriarchat wiederhergestellt wird, weil Frauen leben ja heute auch im ganz, ganz bösen Patriarchat und haben keinerlei Macht und dürfen keine politischen Ämter übernehmen oder hochgradig problematische Filme mit ordentlich Männerbashing drehen.